Sehr verehrtes Wimble-Bild-Publikum, willkommen zu Eventide 3, das Erbe der Legenden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie sind, ja, das ist ein Ort, den wahrscheinlich nur wenige Menschen in Ihrem Leben zu sehen kriegen. Das ist Varai, das Reich in den Wolken. Und dort kommt man nur mit einem wunderschönen, selbstgemachten Regenbogen hin. Und hier gibt es auch ganz komische Blätter, übrigens. Und wir sind dort mithilfe von... Ach... Von Eidwar hingekommen, den wir beim letzten Mal befreit haben. Und er wird uns jetzt helfen, indem er hier nach John ausschaut hält. Und wir müssen jetzt nichts Geringeres tun, als zum König zu kommen. Aber natürlich kann man sich denken, dass das nicht so einfach wird. Warum konnte ich jetzt nicht das Messer nehmen, um das Muster mit abzumachen, hä? Kann man mir das mal erklären? So, hier gibt es jetzt erstmal wieder kleine Wimble-Bild-Szenerie oder sowas. Ja, siehst du, was habe ich gesagt. So, guter Auftakt. So, jetzt muss es hier noch mehr geben. Na, komm schon. Drei Wimble-Bild-Puzzle mit weniger als fünf Fehlern. Ah, Munition. Genau. Jawoll, wir sind ausgerüstet. Falls uns jemand angreifen und überfallen sollte, um uns böse körperliche Dinge anzutun, dann können wir uns damit wehren. So. Hier ist noch ein Schleudersymbol. Ach, da. Oh Gott. Er kommt auf die Idee. Wimble-Bild-Puzzle mit einem Schleudersymbol. Wimble-Bild-Puzzle mit einem Schleudersymbol. Was machst du hier? Mein Name ist Mary und ich schaue meinen Bruder, John. Er wurde hier gebrannt und gebracht. Ich verstehe, liebe Kind. Ich kann dir helfen, aber erstens muss ich wissen, was er so aussieht. Hast du das Portrait? Willst du mir helfen, John zu finden? Du hast mir eine wirklich präzise Schleudersymbol gegeben. Ich werde die Menschen des Königs, ob sie ihn gesehen haben. Ich wünsche, dass ich mehr zu helfen könnte, aber mein König wurde verletzt und ich muss es reparieren. Dein König wurde verletzt, vielleicht kann ich mir helfen. Niemand hat meine Prism, ein Artefact, der mir Macht hat. Es ist in der Wälder Tempel vor uns. Ich kann dir helfen, dass du da bist. Ich mache eine Brücke nach der nächsten Isle. Wenn du die Prism mit mir, werde ich dir helfen. Kannst du das Artefact zurücknehmen? Ich kann nicht meine Prism zurücknehmen, weil es ist hier. Ich bin in einem Ort mit einem starken Licht, starken Licht. Die starken Licht ist für mich harmlos. Aber wie werde ich dich später finden? Du wirst schon wissen, wie ich mich telefonieren. Nur wiederholt diese Bellen. Jetzt geh, und bringe mir die Prism. Gut, mein Kind. Ja, und da wollten wir ja eigentlich Hilfe von ihm, aber jetzt müssen wir ihm helfen. Tja, so schnell geht das. So wendet sich das Blatt immer in Wimmelbild spielen. Aber er hat offenbar noch genug Macht, um uns eine Steinbrücke zu bauen. Sehr gut. Oh, und war das putzig. Wir müssen ihm wohl nochmal erklären, was sein Foto ist und was sein Fotoapparat ist. Er scheint da ja in den Äonen ein bisschen was verpasst zu haben an technologischer Entwicklung. Aber das können wir später noch nachholen. Jetzt gehen wir erstmal auf die mittlere Insel. Und da sind wir auf der mittleren Insel. Hurra. So. Schön ist es hier. Muss man ja sagen. Und endlich haben wir auch wieder Hintergrundmusik konstant. Das war ja im zweiten Teil schon eine Enttäuschung, wie oft es da einfach keine Hintergrundmusik gab. Gut, wir greifen schon mal ab, was geht. So will ich das sehen. Keine Zurückhaltung. Was auch immer das ist. Ja, spiel gern mit Vögeln, das Tier. Ich glaube nicht, dass es nur gerne damit spielt. So, da hinten sind noch mehr Inseln. Ah, nein. So, wieder alles kaputt. So, jetzt haben wir wieder ein reichhaltiges Inventar. Hoppala. Genau, da ist das Ornament. Hier. Ja. Wunderbar. Scharfschützen sind wir auch noch. Das finde ich... Ja, das ist der Falsche. Ganz hervorragend. So, das haben wir schon mal gelöst. So, das haben wir auch schon mal repariert. So kann das doch erst mal weitergehen. Ja, jetzt haben wir das Geschirrtuch. Endlich. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Verbund. Klebstoff. Ein Kabel haben wir. Aromatische Kräuter müssen wir sammeln. Abgeschlossen. Wie willst du daraus einen... Ja, genau. Gibt ziemlich viel gerade wieder zu tun. Deswegen brauche ich aber kurz einen Tipp, der mir hilft. Ja. Zurück müssen wir sogar. Ja, sicher. Ich glaube, es hakt. Federn auch noch in sowas Ausgeleuchtetem. Boah. Also. Leicht geht wirklich anders. Also hier das Achievement erreichen... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Achievement gab, das Ganze in unter einer Minute zu lösen. Aber es würde mich nicht wundern. Aber... Davon ist man hier gerade noch echt ein ganzes Stück entfernt. Aber es spricht einfach auch wieder für die Qualität. Die Artifacts Mundi hier mal wieder auffährt. Allein durch solche Beleuchtungseffekte. Das ist einfach... Ganz großes Kino. Das wird man auch so schnell nicht in anderen Wemmelbildspielen finden. Ich meine, ich habe ja schon der ein oder anderen auch gespielt. Und sagen wir mal, die Low-Budget-Produktionen, die unterscheiden sich da doch erheblich. Das sind Weltenunterschiede. Von daher wirklich sehr schön gemacht. So. Ja. Jetzt habt ihr mich aber richtig. So. Okay. Also diese... Bei diesen... Wo man nur einen einzigen Gegengestanden finden muss, da stand ich selten so auf dem Schlauch wie hier. Und das soll ja schon was heißen. Ja. Okay. So. Gleich weitermachen. Bitteschön. Jawohl, danke. Du sollst auch nicht daran ziehen. So. Noch einmal muss der Tipp herhalten. Genau. Denn Moos wischt man weg. Falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr Bescheid. Moos wischt man immer weg. Ja. Schön. Ne, halt. Da war doch was. Ja, das ist wieder sowas. Heiliger Gral. Danke sehr. Unser Geschenk für den mächtigen Perun. Sag ich doch. Heiliger Gral. So. Noch irgendein Hidden Object, was ich hier irgendwie mitnehmen müsste. Ne, ich denke mal nicht. Okay. Da ist der Kelch. Des ewigen Lebens. Aber was ich damit anstellen will... Das muss ich erst noch herausfinden. Achso. Hier können wir das Ganze am Ende wieder zurück. Hin. Okay. Uh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Doch, habe ich gesehen, aber vergessen, dass es wichtig ist. Okay. Hey, das brauche ich. Wofür? Wofür? Was? Feuer und Harz. Ah, ja. So, jetzt kommt das Maschinenrätsel des Todes. Ja, was habe ich gesagt. Ja, wie gesagt, das kam bisher in jedem Eventide-Teil einmal vor. Es ist doch hier nicht anders. Aber das Gute ist, dann kriegt man ein bisschen Übung darin. Mhm. Ja, war das richtig? Ja. So, drei Minispiele in Reihe ohne überspringen. Sehr gut. Jetzt gehen wir auf die hohe Insel. Gut, da hinten ist der alte Tempel. Hier ist ein Ornament. Ah! Klettere den Wasserfall, okay. Angriff der Killer-Wespen, incoming. Aromatische Kräuter, Schüssel, da, 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 da. Weg da! Tja, die Sammelkarten, die machen sich noch ein bisschen rar, aber da ist eine. Danke sehr. Er schlägt fest. Was ist damit? Ich muss etwas hineintun. Äh, Feuersteine? Ne. Gut. Dann nicht. War ein Versuch wert. Eine schwere Mörtelschale ist es ja. Ja. Ja, dafür habe ich mir den, den, den Tipp jetzt verballert. Ja, genau. Hm. So, aber das können wir hierfür verwenden. Wunderbar. Brechen wir gleich mal in das Haus ein. Nehmen uns das da. Oh, nein. Schon wieder ein Rätsel. Und hier ist wieder was zum Mitnehmen. Ach, ist das herrlich. Es ist wie ein einziger riesiger Selbstbedienungsladen hier. Es ist wie ein einziger riesiger Selbstbedienungsladen hier. Ich habe gedacht, eine Blume wächst noch immer in meinem Arbeitszimmer. Okay. Okay. Gut zu wissen. Mhm. Taschensymbol. Finde, Seil und Haken. Okay. Gewohnen Wasserfall müssen wir hochklettern. Und dann müssen wir hineinfrieren. Mhm. Schau, nichts leichter als das, würde ich sagen. Aber das sind Aufgaben für den nächsten Teil. Wir sind schon, denke ich, ganz gut hier in Virai vorangekommen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann hier die weiteren Inseln vorknöpfen. Und dann würde ich sagen, heißt es wie immer, dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.